so und da sind wir wieder der kreis um das portal so meinen lieben freunde habt ihr jetzt hier rafft ja dass er hier überall erde hin machen sollt war jetzt so mein spezieller wunsch genau kriegt er doch hin oder von mir aus könnte die schnecke da einmauern habe ich kein problem mit schaffst du dich wegen der schnecke dann bringe die schnecke um erst mal bringen dann erst mal die schnecke um genau jetzt könnte er bauen oder ja jetzt war sehr schön so gefällt mir das dann will ich nämlich dass ihr das hier auch noch alles zubaut mit erde genau das soll noch zu dort wir hier in einigermaßen sinnvollen weg haben nein jetzt haben sich echt eingemauert na gut na dann nee dann dann kommen wieder raus hier komm raus oder so und du auch du hast dich auch eingemauert hört doch auf ihr seid doch so eine schwachmaten manchmal mit real in gott können wir mal gucken ob wir mit mit real in gott bauen können mit real barren sagen wir auch einer fachsprache unserer fachsprache mal hier mit cola und mit real wo waren das zeug noch mal hier zwei mit real da können wir ein ingot mit bauen naja ist egal so so alles klar hier kommt ihr jetzt klar gut dann machen wir das mal folgendermaßen ich will mal dass sie hier nach oben jetzt baut ich denke mal es dürfte jetzt nicht so das problem sein nimm mal bitte das noch weg und dann hier hier wird es dann richtig spannend portal ist schon wieder alle machen wir hier ein portal schön arbeiten könnt genau das bitte mal setzen hier kannst du gleich die erde dann nehmen vielleicht gut und jetzt wird es ernst jetzt sollt ihr nach noch einer jetzt sollt ihr hier oben abbauen zack 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 ich weiß aber nicht was das jetzt für diamanten sind vielleicht haben wir glück und das sind die grünen diamanten na komm wir bauen euch noch ein dann würde ich mal ganz gerne diesen einsammel zauber mal bauen der ist nämlich sowas von geil hier der magische sog mit real ingot und grüner diamant wir haben immer noch keinen grünen diamanten oder was man wir haben doch eben diamanten gefunden nimm das noch mit oder die müssen erst noch hoch gebracht werden das sind grünen diamanten eindeutig eindeutig ja das auch noch ja dann bitte hier weitermachen dann vielleicht sogar hier so ja ich würde jetzt mal interessieren haben wir denn jetzt einen grünen diamanten mittlerweile komm gib mir bitte einen grünen diamanten und ich will auch mal was zaubern jetzt haben wir einen grünen diamanten aber der mit real ingot der wird ja noch hergestellt könnt natürlich auch jetzt ims kommen dann lasst uns mal ims bauen ein so dann gehirne so viele haben wir davon jetzt auch wieder nicht aber ist egal so was kommt hier rosa diamant doch wie schön wo ist er denn das läuft unter diamant ist ja süß knochen ok und blauer diamant haben wir nur einen gehabt und jetzt crafting fehlt noch was noch ein knochen ok ah endlich so jetzt können wir einmal ims beschwören ok hier könnt ihr genau hier könnt ihr schon mal ersetzen die erde wenn ihr welche dabei habt bitteschön genau genau macht das schön zu hier mit der erde das wäre mir ganz recht genau genau ok ups ja mach mal der erde hin warum hast du denn diesen bahn auf dem rücken du sollst auch arbeiten alter wir machen nochmal eine kontrolle wie es unseren zwergen überhaupt geht du könntest mal essen gehen oder schlafen und du auch du geh mal auch essen die anderen würde ich mal sagen es geht noch es geht noch die hat schon sein befehl essen zu gehen na geh essen so wie sieht es bei euch aus und wieder geht es runter in die tiefe hier war das oder genau hier guck mal das ist nämlich die geile sache da gibt es nämlich noch mehr eisen und deshalb müssen wir da natürlich ran so ne hier nicht achso ich sehe schon wir brauchen wieder ein portal machen wir diesmal hier oben gucken ob die dann rausfallen da macht mal hier lang genau oh schon wieder ein rezept ledersessel sehr schön sehr schön genau jetzt fühl mir nochmal einen gefallen und nimm den hier oben noch weg genau oh und eine goldmünze so nimm das weg und das weg das und das und das und das ja ich würde mal sagen es läuft hier kommen so wie viel essen haben wir denn noch ja 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 das essen ist alle jetzt müssen wir uns aber sputen hier warte mal wir werden erstmal kurz checken glas malerei ok 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 ledersessel ok und hier ist ok essen bisschen salat haben wir noch ach so den haben wir schon hier runter gepackt kommen ich will mal ganz gerne gebraten gegrilltes fleisch essen das finden ja glaube ich ganz gut die zwerge so er macht gleich so viele bis dato machen wir mal hier den salat noch auf wo die wahrscheinlich salat schon nicht mehr sehen können wie ich sie kenne meine lieben zwerge so so dass wir wenigstens ein bisschen was zu essen haben draußen regnet es wie kaputt und jetzt gehen wir mal wieder hier runter in unsere gefilde hier guck mal hier so mein lieber zwerg eine fackel kommt hier sowieso ran und dann äh so und dann das hier bitte alles abbauen und hier stand rein ja genau hier kann auch er da rein genau und hier ein portal wieder mal so und hier geht es dann wieder weiter das 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 abbauen hier hier sand rein dann würde ich ganz gerne hier noch eine fackel haben das kann man einsammeln genau hier geht es noch höher möchte ich den noch haben na na oh da ist schon wieder ein rezept vom himmel geflogen was denn diesmal eine laterne oh wie schön sammelt mir mal bitte das wasser hier noch ein ihr seid ja wirklich genug vier so 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 hier wieder höher kommen und hier so ist okay so dass er scheinbar nichts mehr na gut dann kommt man hier rüber dann machen wir mal hier noch eine fackel jetzt wird sie mich spannend jetzt wird ziemlich spannend dann machen wir hier noch ein portal hin was da ist würde mich mal interessieren interessanterweise ist hier unten die musik interessanterweise so jetzt kommt er mit der fackel sehr schön hier noch eine fackel ich könnte mir da ein bisschen helfen und hier hätte ich auch noch gerne fackel und hier hätte ich gerne fackel und hier hätte ich gerne fackel das geht es nicht mehr weiter ja bitte fackeln setzen meine lieben haha hat sich ja gelohnt also noch mal was abbauen noch mal eisen sehr schön nein wähle zwerg nicht nur abbauen hier nein hier das hier abbauen los alles abbauen will ich alles haben selbst das hier oben ich bin so vermessen dass ich das auch alles haben will so dass hier nämlich dass das möchte ich haben das möchte ich haben das möchte ich haben das möchte ich ja hier möchte ich erde reinsetzen das möchte ich haben und hier möchte ich dass ihr da weiter grabt irgendwas wird doch da schon sein hier will ich dass jeder erde rein macht so hier hatte ich ja auch eindeutig gesagt ich will er da haben genau das wollte ich auch abgebaut haben ach verflucht darum geht es ja weiter mit warum wir mal hier noch erde rein und hier das weg dann wollen wir hier erde rein genau wie sieht es aus hier mit mit dem okay braucht er schon wieder neues kriegt da hier ist schon wieder kohle steinsäule haha so und dann geht es hier hoch ja ja so hier da hoch hier geht es auch hoch zack zack ich habe mir mal die dinger hier weg wenn er ran kommt ja schön einsammeln schön einsammeln meine lieben und hier gibt es kohle könnte alles abbauen alter schwede wenn das nicht mal eine richtig coole sache ist hier jetzt kommt hier nämlich richtig so du kannst weg euch brauchen wir nicht mehr haha ihr könnt mir aber warte mal dann möchte ich hier noch einen stein drin haben und hier könnte durchaus noch eine fackel hin genau da läuft es läuft doch alles oder eine eiserne tür das ist natürlich richtig geil da werden wir glaube ich gleich mal hoch gehen ach die eiserne tür können wir eigentlich auch hier unten craften dann lass uns mal noch kurz warten das ist noch mal so okay hier ist eine pflanze entstanden hier wollte ich noch ja oh guck mal guck mal guck mal ist doch unglaublich eisen so viel eisen bitte nehmt das ganze eisen mit meine lieben zwerge das auch wenn es geht und neues portal und hier hinten bitte noch eine fackel das ein bisschen zivilisierter hier rüber kommt ja sehr schön sehr schön genau die können wir auch alle mitnehmen hier und dann köften wir uns jetzt mal hier eiserne türen das würde ich jetzt mal richtig geil finden eiserne falltür gibt es auch noch wir bauen aber erstmal eiserne türen dazu brauchen wir ein schloss wie können wir denn schloss craften ach hier schloss craften eisenerz zack 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 eins zwei gut eiserne tür zwei schlösser und meine katze miaut die brauche jetzt was zu essen die fühlt sich ganz vernachlässigt warte mal noch katze noch zwei minuten diese katzen diese katzen die machen einem auch wirklich das leben zur hölle so jetzt hauen wir hier schön eisenärz rein und bauen uns eins zwei türen die müssen aber erstmal in der werkstatt gemacht werden so zu sagen okay so jetzt würde ich mal ganz radikal sagen warte mal hier das können wir alles noch so machen und dann hier so jetzt könnten wir eigentlich diesen impzauber schon mal machen oder was ich würde ja sogar ganz frech beim nächsten mal vielleicht das portal hier hinstellen genau bau mal oder ich baue das portal hier los sammelt und arbeitet bitte liebe zwerge ups stoff sessel ja so wir wollen mal gucken ob hier irgendeiner bei ist hier schlafen gehen muss der hier muss schlafen gehen dem geht es gut dem geht es gut dem geht es gut der könnte was essen gehen gut hier bitte auch abbauen ja und das bitte abbauen und das bitte abbauen und hier bitte er dabei und hier bitte ein bisschen höher ja sehr schön und hier bitte das abbauen und hier erde rein so ich denke mal das kriegt ihr schon hin war ihr zwerge so was haben wir da ah stahltür ah die stärkste aller türen wow eisentür hatten wir ja bis jetzt nur nicht oh oh arbeiten das kannst du auch noch mitnehmen ach so oh oh okay ich verstehe ich verstehe ich verstehe hier oben bitte da weiter arbeiten können so weil ich schon mal dabei sind würde ich auch ganz gerne hier noch eine fackel setzen und vielleicht hier sogar noch dann können wir das hier wieder abbauen hier möchte ich noch erde rein haben so das können wir abbauen nee das können wir noch nicht abbauen da würde ich auch erde rein machen so macht mal hier noch erde rein damit es ein bisschen ordentlicher aussieht wenn es geht das hier bitte noch weg fackel habt ihr okay dann möchte ich hier auch noch eine fackel bitte und hier noch erde und hier auch noch eine fackel so weit weg ah sehen werden wir schon sehen ach so und dann können wir natürlich hier oben auch noch erde rein machen wenn ihr schon mal dabei seid da braucht keine erde rein so genau mach mal da eher dann auch hin dann sind wir schon auf der richtigen richtigen richtung hier und hier würde ich jetzt tatsächlich erst mal zu machen oder lassen wir auf lassen wir auf oh jetzt ist monsterwelle gleich jetzt ist gleich monsterwelle und dann bitte noch ein stück hier geradeaus das wurde mir ganz gut gefallen wenn er das irgendwie hinkriegt dabei wäre mir sogar ganz lieb wenn dann die meisten von den kollegen hier unten bleiben ich kann da oben sowieso jetzt nicht allzu viel machen ja 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 ich weiß ihr kommt jetzt und wir haben auch schon richtige angst vor euch das problem ist nur dass wir gerade hart arbeiten müssen das verstehen die monster natürlich nicht hat das ja noch mehr also ich glaube es nicht holzwand da sowas gibt es auch so hier kommt schön mitnehmen eine fackel natürlich noch schön mit schon wieder diamanten haha sag mal die sind aber auch schnell alle die dinger hier guck mal jetzt hat da auch fleisch hier ohne ende wir werden wir oben den tisch füllen die sich freuen kommen die denn schon ach die kloppen da schon an unserem turm rum man warum schießt denn den tesla turm nicht schießt doch mal kann auch wohl nicht sein tut sich aber auch schwer die kloppen uns hier das dinge ein du musst schießen man naja wird er gleich runter fallen oder was vielleicht hätte ich mir hier noch ein tesla turm hinbauen sollen jetzt ist mal gleich noch ein tesla turm bauen bevor was vergessen hier stein okay und silber haben wir doch 1 2 3 3 tesla turm jetzt wird es ernst hier können wir jetzt schon mal die holztür entfernen bitte wenn es geht und dann da unsere eisentür einsetzen die wir hoffentlich mittlerweile schon gecraftet haben genau wenn sich da jetzt einer findet der das ganz auf die schnelle macht jetzt kommen die aber schon das wird knapp glaube ich knapp kommt ja mit der eisentür vielleicht haben wir glück dass er die noch einbaut na wahrscheinlich nicht was ist hier groß alarm groß alarm habe ich schon so ein sammelhorn hier für super große angriffe jetzt gab es doch mal sammelhorn wo ist denn das sammelhorn hier guck mal mal gucken was da passiert jetzt haben wir unser sammelhorn aktiviert okay ach du scheiße guck mal wie viel monster da kommen junge 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 was macht der überhaupt da also ich nehme mal an dass wir das jetzt überleben werden ich nehme mal an dass wir das überleben werden ich hoffe es ich hoffe es magische explosion wollen wir das mal probieren haben wir noch gar nicht okay was haben wir das können wir nehmen imes beschwören da haben wir zehn stück echt wir haben ja noch unseren herd den wollte ich ja auch noch irgendwo aufstellen guck mal kann man den vielleicht hier oben hinstellen hier haben die jeweils weggehauen hier los ist greift die an man so viele sind es doch gar nicht mehr das sammelhorn kümmer wieder wegnehmen die tür möchte ich aber da lassen nein die tür wird ich doch dahin bauen ich habe das schon geschafft ist doch bloß noch einer mein gott ihr tut euch aber auch schwer das noch ein zusammengebrochenes skelett oder was auch immer weil die tür müsste dann noch einsammeln dass sie haben auch wirklich angst vor den skeletten das finde ich sehr putzig greift die man noch an immerhin haben wir jetzt einen haufen knochen dadurch geerntet wo der schlägt mit seinem magierstab zu der ist ja cool eine coole sau so jetzt sammeln mal da ein genau sammelt mal bitte die ganzen knochen kommen jetzt nehmen wir mal ein imp der kann hier mal guck mal die fliegen jetzt los und sammeln alles ein was sie irgendwo finden das ist doch schon mal sehr cool finde ich sehr sehr cool diesen zauber den seht ihr jetzt hier bei meinem let's play zum ersten mal guck mal ich bin mal gespannt was sie da so finden muss doch ein zeug sein was wir irgendwann mal haben liegen lassen oder was von wo holen die denn das jetzt ach hier das wasser ort sehr süß naja ok wird man die ganze karte schön abgesammelt ist schon mal besser ok dann will ich nämlich ganz gerne hier das ding aus der wand rausnehmen und dafür steine haben wir ja irgendwo hier oder nehme ich ja holzwand für holzwand ne ziegelwand ich guck mal inwiefern ich da ziegelwand nehmen kann weißt du dann will ich nämlich hier eine ziegelwand dran bauen und da baue ich dann einen tesla toben drauf genau jetzt kommt er da hat aber nichts dabei was sagt er der kopf ist unzufrieden arm ist das war wohl doch die wand hier wieder einbauen dann bau die mal dahin ich bin noch was einfallen lassen ja ok müsste der kopf wieder zufrieden sein oder gleich aber hier müssen wir auf jeden fall noch eine tür einbauen und zwar soll da unbedingt eine eisentür die habe ich ja nur nicht umsonst gebaut soll hier eine eisentür rein und hier so dass wir zwei haben wobei zwei eigentlich quatsch ist sie wollen ja immer hier durch naja aber können wir trotzdem lassen von der anderen seite kommen sie gar nicht genau so oh meine imps das haben gar nichts zu tun wenn man noch mal kurz in die unterwelt runter gehen wo waren wir hier dann bauen wir uns hier ein portal dann wird das hier alles abgebaut kommen die imps jetzt eigentlich hier runter geflogen oder sind die schon ach da kommen sie haha die kommen jetzt sammeln aber die kommen doch da gar nicht hin oder doch man die sind ja geil die finden echt den weg cool gemacht jetzt kommen die nämlich und sammeln dann das ganze Zeug hier ein das alles mitnehmen los zügig zügig meine Freunde zügig ich weiß nicht wie lange die imps noch leben Schrank mit Glastüren schick schick ich muss hier alles mitnehmen guck mal wie süß wie die imps das einsammeln finde ich so geil die helfen regelrecht Goldrüstung wow Bogenschützenhandbuch cool guck mal hier könnte er schon wieder mit Erde ersetzen wenn er denn da rankommt hier meine Freunde äh hallo ich möchte gerne ein bisschen Gerüst noch hier bauen meine Freunde da überall rankommen da könnte er rein genau oh Leute ich sehe schon die Folge ist vorbei an der Stelle werde ich mich jetzt mal verabschieden und ich sage danke fürs angucken danke für den Daumenruf danke für eure Sympathie die mir schon länger zuschauen die meine einschläfernde Art mögen äh danke 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 bis zum nächsten Craft the World in zwei Tagen morgen kommt wieder eine Folge Factorio und ihr wisst ja mal um 23.30 Uhr kommt ja auch noch Dawn Starve und dann kommt tagsüber um 15 Uhr eine Folge Minecraft da gibt es immer was zu gucken hier bei UFO Mann ansonsten sage ich jetzt erstmal auf Wiedersehen dann Vielen Dank.